fünf aktien die wir wohl niemals mehr verkaufen werden sagt niemals nie aber bei den aktien da hängt unser investoren herz schon dran kleiner spaß aber die aktien sind ziemlich solide aufgestellt natürlich gibt es hier auch immer verschiedene meinungen aber wir haben fünf aktien im bereich der defensiven werte die wir im depot haben wir haben alles dabei also von verhältnismäßig langweilig und konstant zu einer aktie mit einer nicht so hohen dividendenrendite aber auch da das ganze gegenteil mit einer aktie mit einer höheren dividendenrendite monatszahler ist dabei also querbeet einmal alles es ist auf jeden fall für dich interessant wenn du auch nur das minimal sequentien an dividende pro monat kassieren willst dann ja würde ich dir heute empfehlen dabei zu bleiben für die investoren die im technologie bereich wachstums growth bereich dabei sind wir versuchen euch die nächsten wochen auch ein bisschen mit ins depot zu integrieren warum und wie ja wir wollen natürlich auch den erwachstums markt bestimmt ja also in gewissen bereichen zumindest im depot vertreten haben wir wissen noch nicht genau das auch mit einzelnen aktien machen oder bei uns hier dann auch ein etf raussuchen den s&p 500 oder ein nestek nestek wäre vermutlich dann etwas besser aufgestellt in diesem bereich das ist noch in der schwebe die sachen beobachten wir neben den watch dass die wir mit euch jedes jeden monat mittlerweile teilen das heißt da ja ist wahrscheinlich in den nächsten wochen und monaten noch mal das ein oder andere im umbruch dementsprechend würden wir uns natürlich auch freuen euch hier mit an bord als festen abonnenten oder auch als regional mitglied begrüßen zu dürfen gut also fünf aktien wir steigen uns dabei von ja ein bisschen langweiliger defensiver hin zu etwas spannender timestamp gibt es unten ja sind aber alle an alle aktien eigentlich ziemlich interessant dementsprechend könnt ihr euch auch gerne alle anschauen unser depot wer das depot noch nicht kennt das letzte update das ist bei uns auf dem kanal verlinkt das heißt das ist das video was die momentan sehen wir auf dem kanal kommt ist nicht mehr ganz aktuell wo wir eine aktie rausgeworfen haben eine neue aktie reingeholt haben wenn ihr euch dann dazu mal ein update wünscht dass wir noch mal alle positionen durchgehen dann packt das noch in die kommentare und dann hätten wir da auch wieder ein aktuelles video ansonsten ja machen wir das gleich in zwei drei vier monaten erst wenn das wie gesagt früher haben willst lass es mich gerne einmal im kommentarbereich wissen gut aktie nummer eins nachdem wir hier schon mal etwas durchgescrollt sind und du alle aktien einmal gesehen hast coca-cola ja coca-cola man mag coca-cola oder man mag coca-cola nicht natürlich auch in der peer group mit pepsi nicht unbedingt das spannendere unternehmen da ist pepsi meiner meinung nach etwas besser aufgestellt ich hier mit den ganzen ja snacks und co hat ja pepsi eigentlich ein besseres geschäft das getränk selbst sagt uns jetzt persönlich also auch immer im freundes im bekanntenkreis tatsächlich die getränke von coca cola wesentlich mehr zu und dementsprechend haben wir auch so ein bisschen subjektiv die meinung dass die produkte von coca cola einfach etwas besser angenommen werden zumindest die getränke da gibt es ja von coca cola mittlerweile und wirklich einiges die performance hier ganz ganz kurz nur an diese der minus sieben prozent nicht schön minus zehn prozent auf jahreslicht aber maximal 187 prozent der cola ist ja einfach ein sehr sehr defensiver wert mit dem kgv von 25 nicht günstig aber coca cola wird es vermutlich immer geben jetzt geht es ja momentan auch reden ein bisschen die getränke ein bisschen ja gesünder zu machen das heißt weniger zucker rein süßstoff wir sind ja so ein bisschen der kritik hier wird coca cola auch mit der zeit versuchen wie es ja weitergeht aber wir haben ein free cash flow von über drei milliarden euro bei einem umsatz von 40 milliarden euro wir springen hier jetzt auch gar nicht mehr groß in training rein und schauen uns die ganzen umsatz und gewinnzahlen an das machen wir alles ein bisschen quick and dirty ja aber prinzipiell die zahlen passen wir eine markkapitalisierung von 240 241 milliarden euro das heißt schon ein dickschiff coca cola macht im marketing sehr sehr viel ist in was allen events eigentlich vertreten egal wo wo man ist schüttet nach wie vor eigentlich eine gute dividende aus mit drei prozent kann man hier definitiv nicht meckern vierteljährlich mit 75 prozent ausschüttungsquote die dividende wird auch regelmäßig gesteigert das sieht man hier in der dividenden historie auch noch mal ganz gut und hier ja siehst du auch nochmal so die einzelnen dividenden wann die kommen und in welcher höhe ja wir haben jetzt hier schon die angekündete dividende für den monat august ja der ex tag ist zwar im september trotzdem die aktie dann noch nicht mit in den dividenden video vom september das ist das letzte video auf dem kanal und dann erst wieder im oktober weil wir die aktien immer nach zahltag dort bewerten also dementsprechend coca cola ein sehr solides unternehmen natürlich im bereich der getränke snacks und co steht so noch mal industrie ist im beverage also basisverbrauch kann man jetzt sagen ist es zyklisch ja vielleicht ein bisschen denn muss ich mir unbedingt eine coca cola holen wenn ich jetzt in dem fall kein geld habe wasser tut auch wasser ist eigentlich sogar das gesündere getränk schmeckt vielleicht fehlen nicht so gut aber coca cola für uns ein sehr etabliertes und am markt sehr gut angekommenes unternehmen suchen wir uns das zweite unternehmen aus ist hier oben schon dabei wir hatten es eingangs erwähnt dass wir auch eine aktie dabei haben die eine nicht so hohe dividende hat dementsprechend ja es ist lvmh lvmh ein luxuskonzern wenn wir uns dafür mal die performance anschauen sind wir nicht bei minus zehn prozent oder bei minus sieben wie bei coca cola sondern bei fast 16 prozent jahres und die maximale form ist natürlich eine ganz ganz andere hausnummer mit 1400 prozent das heißt ja hier gibt es eine niedrige dividende die absolute höhe schauen uns gleich mal an dafür wurden wir in der vergangenheit aber mit kurs performance belohnt ist jetzt nicht unbedingt ein garant auf die zukunft dass es so weiter läuft vor allen dingen bei der marktkapitalisierung von mittlerweile 400 milliarden euro ist lvmh schon eins der wertvollste unternehmen in europa wenn ich sogar das wertvollste das heißt hier ja wo soll es noch weiter hingehen aber die unternehmensphilosophie die preise für die produkte werden regelmäßig gesteigert ist vielleicht auch ein zyklisches unternehmen allerdings die zielgruppe von lvmh weiß jetzt bei taschen oder auch bei getränken und co die hat das geld in der regel auch und hier sehen auch noch mal ein ähnliches kgv über coca cola 25 das ist für uns ja in diesem bereich sind unternehmen die eigentlich am markt angekommen sind etabliert sind auch wenn sie vielleicht wirklich erscheinen mit 25 in ordnung bewertet natürlich nicht günstig schon tendenziell teurer aber das unternehmen ist es halt auch wert muss man dazu sagen allerdings für 32 euro klar bei einem kurs von 800 euro pro aktie ist das soweit nicht viel aber in ordnung wir haben umsatz von 85 milliarden euro mit dem free cash flow von vier milliarden euro soweit kann man da nicht viel negatives sagen klar wir sind aktuell wieder so ein bisschen der korrekturphase vielleicht würden wir hier aktuell auch nicht einsteigen aber das video wann wir welche aktie einsteigen ist ein anderes aber prinzipiell ein sehr sehr solides unternehmen analisten sehen das ganze ähnlich schauen wir uns hier die dividenden an ja nicht viel dividende sind immerhin noch 1,5 prozent mehr als bei apple microsoft zumindest stand heute hier wird aus halbjährlich ausgeschüttet das heißt die dividende wir wirkt dann etwas höher das ist natürlich wenn ihr bei coca cola vierteljährlich die dividende bekommt dann ist die hier halbjährlich bei dem ausschüttenden monat genauso hoch wie bei coca cola wenn ich sogar noch ein bisschen höher weil 1,5 x 2 ist ein bisschen über der dividendenrendite von coca cola aber es wird einfach nicht so oft ausgeschüttet ausschüttungsquote 32 37 prozent so ist natürlich wieder etwas geringer das heißt das unternehmen selbst arbeitet ein bisschen mit dem geld die dividenden wachstumsraten sind hier aber sehr sehr solide gerade auf ein jahr ihr seht es hier 71 prozent tipp top da kann man echt nicht meckern wir hatten hier in einem corona ja einen kleinen einbruch aber immerhin noch auf solide 4,60 euro hier unten siehst du noch mal die verschiedenen dividenden das heißt ausgeschüttet wird hier meistens im april und im dezember macht aufs jahr 2023 wovon jetzt momentan mal ausgehen wird beziehungsweise die dividende ist anscheinend schon angekündigt also wird es hier höchstwahrscheinlich diese 12 euro 50 geben ist ein französisches unternehmen ist nicht verkehrt das passt soweit alles aber halt von der dividendenrendite hier etwas niedriger dafür historisch die kurs performance hat das alles definitiv wettgemacht suchen wir uns aktien nummer drei aus und bevor wir die aktie gefunden haben ja als deutscher investor möchte der home bias natürlich auch etwas bedient werden der home bias davon spricht man wenn man dazu tendiert aktien in dem eigenen land wo man selbst wohnt wenn man kann dabei man vermutet weil man denkt dass man die aktie gut kennt dass man die etwas höher gewichtet und wir müssen dazu sagen wir haben auch die ein oder andere deutsche aktie im depot ja wir schauen direkt rein das ist die deutsche post die deutsche post ist jetzt per se keine aktie sagen würden wir würden sie niemals verkaufen aber hier entwickelt sich tatsächlich vieles in eine gute richtung dass wir stand heute davon ausgehen dass wir ja doch die nächsten jahre wir sind jetzt momentan es wird viel online bestellt haben da braucht man eine infrastruktur jemand der das ganze verschickt und klar amazon macht das ganze primär auch selbst mal zahlt aber noch keine dividende dementsprechend amazon nicht direkt im depot es gibt auch noch diverse andere acht logistik unternehmen die oder wo man darauf angewiesen ist dass man fracht und logistik unternehmen hat um die ware von a nach b dann ja auch customer to customer oder auch business to business bis immer business to customer also hier gibt es verschiedene art und weisen wie waren verschickt werden kommen wir zu den kennzahlen hier sind wir mit 52 bis mit 53 milliarden euro etwas kleiner trotzdem ein sehr etabliertes unternehmen wir haben jahresumsatz von 88 milliarden und daran merkt man natürlich wieder der umsatz ist höher als die marktkabelisierung das müssen wir tatsächlich noch mal recherchieren das kommt mir im ersten moment jetzt hier etwas fraglich vor packen wir euch aber noch in die kommentare rein wie das ist free cash flow auf jeden fall mit 6,81 milliarden definitiv total solide agv von knapp unter 12 ja auch in ordnung für unternehmen in dem bereich wir sind ja hier zuletzt wieder ein bisschen zurückgekommen und ja fast 60 euro bis im tief hier zu 32 euro wie gesagt machen keine kaufe einschätzung das nur unternehmen die wir im depot haben die wir vermutlich ja so schnell nicht verkaufen wollen würden hier mitarbeiterzahl 600.000 fast business services sektor industrie das ist soweit valide wir haben hier als deutsches unternehmen eine parade beispiel dafür dass dividenden auch nur einmal pro jahr gezahlt werden ist in dem fall so es gibt aktuell bei dem aktuellen kurs zumindest 4,32 prozent und 4 prozent dividenden rendite ist schon echt nicht verkehrt klar es klingt immer nach nicht so viel aber ja vier prozent die das unternehmen an aktionäre weitergibt und es ist ja nicht alles ja es gibt ja dann auch noch die kurs performance die hoffentlich positiv ist und selbst unternehmen was null prozent dividende ausschüttet an den aktionär ja mit kurs performance sehr glücklich machen die dividende geht ja immer vom kurs ab dementsprechend ist die absolute zahl hier natürlich irgendwo fraglich als einkommensinvestor spricht als jemand der auch heute sagen könnte ja wir leben davon da sind wir auch noch ein bisschen von entfernt er klingt auch komisch bei 130.000 euro aber da sind wir auch mal drauf eingegangen da braucht es einfach etwas mehr ansonsten ist die dividendenrendite immer ein bisschen in klammern zu setzen das ist nicht das einzige wie ich hier geld bekommt dementsprechend auch die dividenden und wachstumsraten hier mit in der vor kurzem 33 prozent super schön anzusehen das heißt wir bekommen mehr geld das ist natürlich auch wieder geld was für unternehmen abgeht also von der bewertung von dem kapital was im unternehmen ist sie die nummer so ganz kurz die die ausschüttungen hier 2020 zum beispiel noch einer auf 15 ist hochgang jetzt auf 1 85 und wird vermutlich auch in den nächsten jahren weiter gesteigert dementsprechend deutsche post grundsolide in einem bereich in der branche die vermutlich noch lange gebraucht wird unser unternehmen 3 auf der watchlist und bei unternehmen nummer vier ich sehe es schon in den kommentaren vor mir noch ein deutsches unternehmen ja es ist noch ein deutsches unternehmen es ist aber nicht siemens siemens ja eine der aktien die bei uns schon ja deutlich mit fast ja fast 50.000 euro kursgewinn im plus sind nein es ist die allianz die allianz eigentlich eines der klassischsten deutschen unternehmen diese date ebenfalls 12 prozent die es hier nach oben ging auf maximal sich 125 und das ist jetzt auch nicht so die kurs rakete gewesen wie gesagt der chart geht hier zurück bis ins jahr 2003 hat aber den hintergrund dass hier auch viel an die aktionäre ausgeschüttet wird dazu kommen wir aber gleich zunächst die kennzahlen die marktkapitalisierung liegt hier bei knapp 91 milliarden euro der umsatz ebenfalls gesagt das müssen wir noch mal recherchieren packen wir euch bei allianz und bei der deutschen post in die kommentare kommt mir gerade einfach komisch vor soll uns aber hier nicht stören denn kgv von elf ist für die allianz historisch ja minimal erhöht bin ich aber trotzdem grundsolide bei earnings per share von 20 euro und 47 cent ist auch die dividende sehr sehr gut gedeckt und die dividende liegt aktuell für das jahr 2023 bei 11 euro 40 als eine ausschließungsquote von 56 prozent es gibt eine dividende rendite von knapp über fünf prozent und dementsprechend wenn wir die fünf prozent jedes jahr auf den kurs hier oben drauf schlagen würden mit zinseszins dann sind die 125 prozent die es hier trotzdem noch dazu gab nicht mehr so schlecht anzusehen die steigerungsraten hier waren die letzten jahre knapp ja mit sechs bis zwölf prozent soweit auch solide wenn wir uns hier unten einmal anschauen da gab es 20 immer relativ weit zurück da gab es jetzt 2004 noch 1 euro 50 und jetzt 19 jahre später gibt es 11 euro 40 das heißt die dividende ja fast zweieinhalb facht verdreifacht nicht ganz aber trotzdem auf jeden fall solide dividende wird auch hier vermutlich nächsten jahre weiter steigen und auch hier prinzipiell die allianz im bereich der finanzdienstleistungen aber er primär ein versicherer in der holding struktur um hier vielleicht auch ein bisschen steuer optimiert vorzugehen macht aber jedes große bekannt und nehmen mehr oder weniger so die kennen alle ihre erhebel ihre tricks und lassen das natürlich auch einfließen denn der unternehmerische kohlgedanke ist ja auch gewinnmaximierung dementsprechend hier allianz aktie nummer vier bei uns im depot die wir zumindest mal stand heute langfristig halten wollen seit man anfangs erwähnt monatliche dividende und da kommen jetzt ja nicht mehr so viele unternehmen bei uns in frage hier sehen wir alle drei älteste properties mainstreet capital und realty income da haben wir zwei bdc ein bdc dabei mit mainstreet capital das heißt hier wird quasi geld an unternehmen gegeben die damit arbeiten können das ist mainstreet capital ltc ist ein read im bereich der gesundheitsimmobilien natürlich auch im markt der weiterhin sehr sehr spannend ist aber wir gehen hier auf realty income ist tatsächlich auch der schlechteste read bei uns mit der absoluten performance aktuell liegt aber auch daran dass es hier eine hohe dividende gibt die auch monatlich ausgeschüttet wird und ja vielleicht der kaufzeitpunkt beziehungsweise die generellen zinssorgen am immobilienmarkt aktuell einfach etwas schwieriger sind einzupreisen diese date minus 14 prozent maximale sicht aber 209 prozent und das ist ähnlich wie bei allianz mit der dividenden die ausgeschüttet wird wieder in ordnung marktkapitalisierung ist hier relativ klein beziehungsweise realty income ist einer der größten reads aber natürlich im vergleich zu den anderen unternehmen die wir eben dabei hatten hier ein bisschen kleiner mit 37 milliarden euro dafür auch verhältnismäßig teuer mit einem kgv von 42 jetzt kann man den kgv bei reads nicht unbedingt anwenden das sind die adjusted funds von operation also sprich was das unternehmen selbst mit seiner geschäftstätigkeit verdient wesentlich interessanter deswegen müssen wir die 42 hier ein bisschen ausklammern interessant ist eigentlich hier wenn wir sehen wir haben einen umsatz von 3,4 milliarden das heißt ungefähr zehn prozent von der marktkapitalisierung werden jedes jahr erwirtschaftet das ist ein kv von ungefähr zehn und das ist etwas aussagekräftiger als die anderen kennenzahlen schauen wir uns die dividenden an die dividende ja wird ebenfalls gesteigert natürlich in einem relativ kleinen bereich liegt aber auch teilweise daran dass wir hier schon bei über 5,3 prozent dividende sind macht im jahr 2,80 euro an dividende die sehen wir auch hier unten nochmal dass die tatsächlich monatlich kommen hier sehen wir jetzt einfach nur mal für das jahr 2023 zum beispiel hier gab es mal 0,2 prozent erhöhung hier sogar zwei prozent 0,2 das heißt hier wird auch teilweise quartalsweise ein bisschen nachjustiert nicht immer nur nach oben manchmal auch etwas nach unten aber ist im bereich der tatsächlich total in ordnung ist wie sehr kleine differenzen können auch immer an steuerlichen optimierungen liegen das ist auch im bereich bei reads die werden meistens die die wollen euch ja schon länger in reads und sie investieren die wissen dass hier gibt es immer diese steuerliche nachverrechnung das heißt dividenden werden teilweise wieder abgezogen danach mit ein bisschen mehr oder traurigerweise mit ein bisschen weniger wieder erstattet ja ist einfach immer ein prozess der ist etwas nervtötend liegt aber halt auch dann daran dass realty income mit diesem read status selbst ein paar steuern sparen kann das ganze wird dann nicht unbedingt zulasten der aktionäre aber wir haben natürlich dann diesen kleinen aufwand der dem wie ergräbig man das ganze tracken möchte ja mit den dividenden in der absoluten höhe das waren jetzt mal unsere fünf aktien die wir ja aktuell zumindest relativ lange halten wollen lasst uns doch gerne mal in den kommentaren deine fünf aktien da und auch die meinung zu unseren fünf aktien wie gesagt wir müssen hier immer die geschäftsaktivitäten ein bisschen auge behalten werden realty income zum beispiel nicht halten wenn global alle immobilien nur noch ein drittel wert sind aber die wertung gleich bleibt ja wir werden allianz nicht halten wenn ein ganz ganz innovatives neues versicherungskonzept auf dem markt kommt und ja keiner mehr zu dem klassischen versichern geht deutsche post auch nicht wenn es dann über den drohnen gibt mit drohnen geliefert wird also wenn wir hier irgendwie ein geschäftsfeld eine branche diskutieren dann müssen wir uns diese sachen natürlich noch mal anschauen das wird nicht von heute auf morgen passieren auch nur unsere meinung wie gesagt auch generell keine anlageempfehlung hier auf dem kanal aber stand heute sind das fünf aktien die wir sehr lange halten wollen und vermutlich auch halten werden bis dahin macht gut im nächsten teil denkt noch an das gefällt mir an abo und an die kanalwirtschaft wenn du das noch nicht gemacht hast danke